hallo ihr lieben da bin ich wieder heute gibt es einen kleinen haul ich habe jetzt zwar auf meinem tisch schon alles vorbereitet für meinen neuen gelbrenz aber ihr müsst euch heute mit einem kleinen haul begnügen weil ich bin so begeistert guckt euch das an ihr seht es schon ganz kurze backstory wir waren in den niederlanden und auf dem rückweg wollten wir eigentlich bei royal talents vorbei der firma die van gogh aquarell macht und ecoline und rubens aquarellfarben und vielmehr amsterdam gehört glaubt auch dazu und ich habe mich kurzfristig dagegen entschieden weil ich lieber noch mal ein paar stunden als mehr wollte daher war noch ein bisschen budgeter und ich bin am montag vor zwei tagen genau heute ist mittwoch genau nach bösner gefahren nach osnabrück und die hatten umgebaut da war ich auch kurz schon mal drin aber manchmal fahre ich nur schnell dahin um mir irgendwas nachzukaufen und bin dann schnell wieder raus und jetzt hatte ich mir halt ein bisschen zeit eingeplant und wenn man reinkommt bei bösner rechts gibt es da jetzt so ein selbe reich irgendwie und da hatten die ganz viel von diesen naturpapieren und ich habe die vor ein paar monaten schon mal gekauft die naturpapiere hatte ich damals gekauft und jetzt hatten sie halt diese da das sind zwar bedruckte naturpapiere aber ich fand ja so schön da gab es noch viel viel mehr von ich lege das mal ganz kurz wieder weg gab es mal ganz 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 viel mehr von aber ich habe mich halt für die fünf rollen entschieden und da ist ja gut was drauf also ich weiß nicht seht ihr das ja na also da kann ich ein paar büchlein mit einbinden denke ich also wollte ich zum buch einbinden nehmen oder um das papier ist übrigens auch von bösner oder um hier das damit zu gestalten vielleicht kann ich hier gelie prinz machen und dann kann ich hier damit das auskleiden ich weiß noch nicht genau aber es wird auf jeden fall seinen platz finden genau dann haben wir das papier so ein bisschen 70er flair aber auch irgendwie nicht ich habe mich angesprochen und frühling geschrien das gleich in grün dunkelgrün hellgrün dann das hier mit dem blümchen moment ja frühling nach frühling blümchen gehen jetzt irgendwie immer oder frühling gar nicht richtig blümchen gehen immer bei mir eigentlich ein ticken heller als ist die kamera widerspiegelt und dieses und da habe ich jetzt schon ein paar mal gedacht verdammt hättest du davon mal ein bisschen was mehr mitgenommen weil das geht auch im herbst es geht auch wenn in die weihnachtstage rein und wie cool ist es bitte das fühlt sich auch wirklich schön anschauen dass ihr das nicht spüren könnt das sind die papiere ich habe mir noch was nachgekauft das knistert das ist das skizzenpapier aus dem bösner was ich immer zum einschlagen meiner bücher nehme was ich die will die gelie prinz nehme ich mir jetzt nachgekauft weil meine rolle ist nicht mehr so voll und das ist halt dieses papier also das ist ein gelie print auf diesem papier und die ganze rolle ich muss jetzt hier mal wieder kurz 11 euro knapp 10 euro 98 und ich kann das echt empfehlen also wenn jetzt irgendwie ein bösner in der nähe habt kann ich dieses papier wirklich gut für die prinz empfehlen ihr müsst es zwar zu schneiden ich mache mir halt immer weiß nicht zehn zwölf auf vier teile fertig die presse ich mir dann damit sie gerade bleiben weil auf der rolle rollt sich das halt immer wieder ein und dann drücke ich mir die ab und das ist so super dass ich mir das jetzt nachgekauft habe aber ich wollte euch die verpackung einmal zeigen ich weiß nicht ob sie es im internet auf aber bei bösen auf jeden fall nachgekauft und dann war ich auf einmal kurs bei der lieben simona und wir haben mit kohle gemalt ich fand das so cool sie hatte so kohle stückchen kennt ihr vielleicht also wirklich einfach nur kohle stückchen ohne was drum rum aber was mich gestört hat ich hatte die kohle überall ich hatte die im gesicht ich hatte die überall und deshalb sind mir diese stifte ins auge sprung und die marke kannte ich jetzt auch schon und stift kohle stift und drei verschiedenen härten und einmal weiß ich weiß also getestet wie ihr seht habe ich jetzt noch nicht aber ich werde sie auf jeden fall testen ich weiß halt nicht ob das gesicht genauso anfühlt wie wenn man mit der kohle also dieses was ich bei simona hatte mal ich werde es ausprobieren und so ein stift kurs club ich habe den kassenzettel deshalb sage ich euch eigentlich ist nicht so interessant aber so ein stift kostet mich 2 euro 85 jetzt nicht so billig nicht so bin ich aber jetzt noch leider kein set damit hätte ich und dann habe ich mir was wichtiges nachgekauft das sind meine aller 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 liebsten fineliner für meine bilder und ich hatte dieses hat ganz zu beginn auch schon mal mitgenommen und davon sind jetzt gut die hälfte leeren ich wollte eigentlich nur die leeren stifte nachkaufen hatten sie aber nicht sie hatten nur dieses set und das hat ich guck schon wieder ich habe mich eben mocks erzählt das skizzen papier auf der rolle da steht sogar drauf 0,45 x 15 meter rolle 40 40 grammatur hat mich 11 euro 15 gekostet die stifter haben knapp 11 euro gekostet 10,98 euro entschuldigung aber wie gesagt preise sind schalow rauch es kann für euch auch wieder anders aussehen auf jeden fall habe ich mir die nachgekauft weil wie gesagt die sind wasserfest da könnt ihr dann direkt mit aquarell hinterher die laufen nicht aus das passiert einfach nicht und irgendwann habe ich so meine liebsten art supplies gefunden und die sind definitiv mit dabei ich weiß nicht ob euch das interessiert und meine ganz ganz liebsten art supplies die ich vielleicht gar nicht mehr müssen möchte aber zwei habt ihr jetzt in dem video schon gesehen ist einmal das spitzenpapier und einmal das und dann habe ich mir noch mitgenommen einen leeren aquarellkasten und zwar kann ich euch das ganz schnell zeigen ich muss einfach ansonsten es gibt ich hier noch ein paar leere näpfchen und zwar das ist meine reise box die hatte ich jetzt auch mit oder die kommt immer mit dem rolle und das ist mein aller allererste aquarellkasten die nicht mehr geholt hatte und der war jetzt immer mit dem urlaub aber wie ihr seht ich brauch davon einfach nicht alle farben also ihr seht so ganz gut wo schon viel raus ist und wo halt nicht und dann wollte ich also eigentlich ist das so ein aquarellkasten ein aquarellkasten wo ihr mit diesem pinsel das ist so ein reisepinsel eigentlich ist es ein echt cooler aquarellkasten ich habe mir den tatsächlich hat noch nochmal gekauft auf der kreativer also anderen davon gedacht ist es ganz cool also ihr könnt mit diesem pinsel hier so rein das geht noch ganz gut die paletten rausnehmen könnt ihr hier die palette rausnehmen und sauber machen und so das ist das ist ganz cool aber ich war so eine wutz und hier ist überall farbe reingelaufen dass ich mit diesen dingen die pötchen da nicht mehr raus bekomme ich kriege sie nicht mehr raus ihr seht das hier bei dem gelb da habe ich versucht mit anderem werkzeug und so und es bricht mir alles kaputt und ja da hatte ich die nase jetzt voll und hab mir jetzt einen leerkasten gekauft einen leerkasten gekauft und da werde ich nur die farben mehr reinbauen die ich für unterwegs benutze das wären so acht farben vielleicht nutze ich es auch aus vielleicht werden zwölf haben ich weiß noch nicht und ich habe teilweise diese farben schon in tun und habe die nachgefüllt ich habe ja drüben meinen großen kasten deshalb habe ich mir leere näpfchen mitgebracht und die kann ich mir dann mit der farbe füllen aus den tuben und ich muss mal gucken vielleicht kreis mit gewalt raus und wer halt schade wenn da jetzt im vergangen dran wäre also weiß ich jetzt nicht muss ich mal gucken aber deshalb habe ich mir in der kasten gekauft kommen dann die näpfchen hier rein kriegt man dann hier so ein und dann ist gut wir sind dann und ich kriege sie auch wieder raus wenn ich sie raus haben möchte genau das war mal ein besser einkauf jetzt werde ich mich die tag dran machen die prinz herzustellen und weitere büchlein zu binden denn nein ich verrat noch nicht ich arbeite im hintergrund natürlich fleißig weiter an meinem shop also ihr lieben ich wünsche euch noch einen schönen tag und schönen abend wann auch immer ihr das kocht bleibt gesund genießt den frühling und bis ganz bald tschüssi und ja wir haben